Und jetzt fühle ich Sie gerne zu Davos im Sommer, Davos mit Kirchsturm. Was ist WEF überhaupt? Das Jahrestreffen vom World Economic Forum ist weltweit das allergrösste und bedeutendste Politik und Wirtschaft zu treffen, die auf privater Initiativen stattfinden dürfen. Davon, Davos! You represent the single largest span of control of human and economic capital in the world. You see something nice, just take a picture of it, just click. Und der Umsatz oder die Wertschöpfung ist etwa bei 60 Millionen in der Fosse. Und das ist, wenn man das gesamte schweizerisch anschaut, in der Grösse noch nicht etwa von 94 Millionen. Aber darum ist es ja auch schwierig. Ich meine, Bauer wäre schon ein hübsch gefühlt. Aber es braucht Schwermin. Der Schlacht wäre ein schlachter Zeitpunkt, um zu übernehmen. Ja. Seit 49 Jahren nun treffen sich die Reichen und Mächtigen hier und geben vor, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Angeblich erfolgreich! Every Premiere Das war's Pe necesita rama We Sis 플 Feuer ину